immer schön auf dem kopf geht doch jetzt brauche ich gleich ein schild boost kommt da noch einer nein die sind oben habe ich doch ja 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 ich habe jetzt vergessen da habe ich ganz vergessen habe ich ganz vergessen wer hat da seine bombe platziert viele wollen da eigentlich noch kommen viele milliarden das müsste jetzt was ist das jetzt der geff schütze und gehe mal in deckung direkt sollte hinter entdeckung gehen ist das jetzt so den etwa schon mal und den turm den krieg doch auch sicher w tf den krieg ich gar nicht den hätten wir jetzt trotzdem na bitte zumindest zu halb nein ich versuche jetzt einfach mal leck mich am arsch ich glaube ich mache wirklich mal so einen zusammenschnitt ganz am ende wenn wir mass effect 1 durch haben also ersten teil vom mass effect dann mache ich wirklich mal so einen zusammenschnitt aus allen schönen toten meine fresse was ist das für eine kacke gerade ich sollte übrigens auch nach der szene hier mit dem warlord speichern lalalalalalalalalalalalalalalalalala wieder die falsche taste gedrückt hau mal da sinkt nee hau mal lieber werfen rein Waren das alle? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ah, Mann. Yara, pass auf. Stirb, Grogana. Stirb, Grogana. Und hör auf, mich mit Raketen abzuschießen. Das ist nicht nett. Das ist nicht die feinische englische Art. Feine englische Art. Ja, genau. Hahaha, ihr und bereit. Fröbel seid ihr. Ihr seid nur Fröbel. Nichts anderes. So ab Gasebene. Ha. Das ist ja wohl die ungünstigste Stelle zum Speichern gerade. Äh, Barriere. Hupa. Hat man gerade zum Glück gar nicht gemerkt. Habe ich ein bisschen gepanickt. So. Und eben nochmal kurz versucht, hier hoch und da abzuschießen. Geh und stirb. Oh, Mann. Versucht ihr jetzt mal von hier hinten aus zu snipern? Naja, nicht wirklich. Ohne Sniper geht das schlecht. Äh. Hoffentlich schießt da keiner. Jetzt. Dass sie auch nicht sterben wollen. Das ist... Äh. Leck mich am Arsch. Ach Gott. Also ich glaube, es gibt kein Spiel, bei dem ich so sehr fluche und so sehr sterbe wie Mass Effect. Aber... Herrgott, wie... Wieso trifft es mich denn? Hoffentlich kommt jetzt kein Titan gleich. Nee, äh... Den hatten wir schon. Ach so, super. Was ist denn da oben? Oh. Das ist einfach nur Dingensens... Knöterens... Ist schon tot. Okay. Tschüss, Gav, Scharfschütze. Oder Schütze. Oder was auch immer. Ich glaube, ich sollte direkt in den nächsten Graben hüpfen, weil da sind wir ja vorläufig ja sicher. Oder ich versuche einfach hier mal rüber zu gehen. Vielleicht kann ich von hier aus den nächsten Dingensens erreichen. Sollte ja eigentlich nicht so schwer sein. Aber... Ich denke, das kann ich mir mal gerade schenken. Äh, hallo? Puh, aha. Trifft das? Ja, das trifft. Danke, dass ich wieder... Ich sage gar nix. Also die Dinger haben anscheinend ein so krasses, extrem präzises und super tolles sonst was Zielkrams, dass die einfach mal aus, keine Ahnung, 80 Metern Entfernung mit ihrer Kanone, also das ist ja kein... Das ist ja nicht nur einfach so ein Punktvisier, sondern es ist ja... Das ist ja eine... Was weiß ich was... Das ist ja ein Raketenwerfer aus Ewigkeiten Entfernung in irgendeinem Millimeter freien Zielpunkt schießen. Wollte mich aber verarschen. Stürb du, Turm. Ich geh mal wieder in Deckung, weil ihr wisst, wie du das Ding schießt. Ha, weg ist es. Und dann geh ich mal wieder da rüber, weil es hat ja ganz gut geklappt. Okay, ich kann nicht speichern. Wär auch zu schön gewesen. Ich muss auch meine Freunde das alles gerade machen. Geht denn das? Garus, machst du mal vielleicht gleich mal... Wenn ich den Turm im Visier hab, Überlastung. Das wär schön. Ich glaub, ich geh mal hier rüber. Vielleicht klappt es ja, wenn ich... hier drüben bin. Aber man weiß ja nie bei den Dingern. Wie trifft das? Es sieht beinahe nach aus, aber es trifft anscheinend nicht sehr gut. Puh. Anscheinend hält die Deckung. Ja, die Deckung hält. Wär noch nicht für sehr lang. Ha. Der Zweite. Den treffen wir nicht. Den treffen wir niemals. Aber den treffen wir. Und der trifft uns nicht. Ha. Lasst euch mich treffen, Freunde. Diese Schütztürme sind scheiße... nervig. Irgendwie keine richtigen Gegner mehr. Sondern nur noch ekelige Geschütztürme. die alle nix können. Ha. Und ich denke, ich renne dann einfach mal in die nächste... in die nahes gelegene Deckung. Und wenn da gleich was auf mich zugeflogen kommt, dann renne ich wieder weg. Aie, Mini. Bringt das jetzt was? Ich hoffe doch. Wenn er jetzt noch Lenkraketen hat, wäre das natürlich am allergeilsten. Ich hoffe, da kommt keine Sau. Doch, da kommt eine Sau. Aber auch wirklich nur eine. Stirb. Ja, er hat mich im Visier. Er hat mich im Visier. Aber, er ist zu schlecht. Ha. Ist er weg? Ich weiß nicht, haben wir ihn? Ich kann es nicht erkennen, ob das noch ein Turm ist oder einfach nur ein Stöpsel, der in der Landschaft ragt. Der in die Landschaft ragt. Da, wenn ich speichern können, nehme ich mal an, es ist kein Stöpsel, sondern es ist einfach nur, äh, wirklich das, wonach es aussieht. Ja, Pistole. Äh, Niara, hey, auch einen. Dann hauen wir den mal auf... Was hauen wir den denn mal? Auf erweiterte Stase. Und hier, Präzisionsgewehr, hey, Attentat. Hört sich ja erfreulich an. Ausrüstung, Energiegewege, okay, kann man mal in die Rüstung gucken, was das bringt, aber ich glaube, das bringt nicht so viel. 22, äh, Schildgeneration, Regeneration, ein komplexes Netzwerk von Element Zero, Mikrokernen, in Kombination mit einer technologisch fortschrittlichen Firewall, sorgt für einen effektiven Schutz gegen Biotik- und Tech-Angriffe. Fortschrittliche Modelle optimieren Systemen, die Nachleihzeitkinetische Barrieren, okay. Kampfkraft und erbschüschen Fähigkeiten. Okay, haben wir nicht irgendwas gegen... Nein, wir haben wahrscheinlich nichts gegen Dingensons, äh, Gewehrkolben hieben. Ne, okay, äh, sieht eher nicht so aus. Ich denke, das war's. Ähm, Türmchen, du bist unschädlich. Boah, Junge, pass doch mal auf, wo du hinläufst. Also, Geff meine ich. Das war sehr ungeschickt von dir. Unkluach. Ist noch ein Gegner? Wo ist denn hier noch ein Gegner? Oh. Und den Turm? Ja, das war der Turm da drüben. Okay. Speichern. Heieieieiei. Zum Ende hin aber doch noch ganz schön haarig. That's what she said. Yeah. Ich zerschieße mal die ganzen Barrieren, weil ich einfach keinen Bock habe, dass hier noch Viecher auftauchen, die dann gleich was haben. Aber ich glaube, hier taucht sowieso nichts mehr auf. Außer vielleicht ein Bitte nicht ausschalten, den Schirm. Gut, öffnen wir mal. Und landen in der Kanalisation. Nein, im Fahrstuhl. Ach, geil. Ich rechne mit dem Schlimmsten und zwar mit Zorin. Ist hier noch irgendwas? Ein Medizinkit. Hey. Das wir vollkommen überhaupt nicht brauchen. Wat, wo? Ach ja, da Feind. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Ich sehe schon. Noch einer. Dafür renne ich mal außen rum. Das freut mich natürlich. Was sagst du mir hier? Scheiße, Mann, nur Meter. Die können nicht einfach sagen, alle Ziele eliminiert und da kommen noch zwei. Was? Was? Nein, das war es noch nicht. Au. Verdammter Mist. Geff-Schütze. Ich glaube, ich mache die mal mit Warp platt. oder auch nicht. Schildboost. Nein, nicht bei... Obwohl, könnte man beides machen. Noch einer. Sieht nicht danach aus. Okay. Dann weiter, Leute. Ja, schön für euch. Aber wir sind gleich schon am Ende, glaube ich. Ja, wir sind beim Rat.